Willkommen wieder Fans, schaut euch diese Neuigkeiten an, die gerade eingetroffen sind, ich habe nicht geglaubt, was er gesagt hat. Aber abonnieren sie zuerst den Kanal, damit sie keine Informationen von unserem Team verpassen. Ich werde sie mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. Zwei Verteidiger fallen für das Duell in der WWK Arena aus, hinter einem Profi steht zudem ein Fragezeichen. Gleich drei Spieler haben das Abschlusstraining des SV Werder Bremen vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg, Samstag, 15 Uhr und 30 Minuten im Deistubeleiftiger, verpasst. Lasst jetzt euer Like auf diesem Video da, es ist sehr wichtig, dass ihr keine Neuigkeiten von Werder Bremen verpasst, die wir hier auf dem Kanal veröffentlichen. Weiter geht's! Neben Niklas Stark, der bereits am Donnerstag erkrankt fehlte, setzten auch Milos Vejkovic und Libiu Kennen am Freitag mit dem Mannschaftstraining aus. Du Kennen stand ebenfalls krankheitsbedenkt nicht zur Verfügung und fällt damit ebenso wie stark für das Spiel in Augsburg aus. Als Grund für das Fehlen von Vejkovic nannte Werder Bremen indes eine Belastungssteuerung, was bei einem Abschlusstraining eher ungewöhnlich ist. Der 27-jährige Serbe trainierte demnach individuell, soll aber mit dem Team nach Augsburg reisen. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen Werder-Trainer Ole Werner für die Partie beim FC Augsburg Manuel Mbom, Dikini Salifu und Felix Agu. Und dann grün-weißer Fächer, was denken Sie? Was ist deine Meinung? Schreib es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unseren Werder Bremen. Bleiben Sie dran, denn Sie werden jederzeit mit den neuesten Nachrichten von unserem Team auf dem Laufenden gehalten. Dann grün-weißer Fächer, wo Sie auf dem Laufenden gehalten werden. Dann grün-weißer Fächer.